So Leute, willkommen zurück zu Quest 2 Max Level Rainer. Ich habe hier schon alles vorbereitet, klick auf Bereit und die Schnellsuche wird gestartet. Und los geht es hier in der Grabkammer der Spinnenkönigin. Talent wird gewählt, das hier und ich hoffe dieses Mal... Ja, dieses Mal funktioniert mein Coup. Das heißt, ich habe die amerikanische Tastatur diesmal nicht eingestellt. Das heißt, diese Runde müsste eigentlich auch besser verlaufen. Die Türme werden hier aufgebaut gerade. Das habe ich noch gar nicht gesehen, dass sie jetzt so im Voraus erstmal aufgebaut werden müssen. So, ich bin mit Vala hier in der Mitte. Oben haben wir ein Tyrael, glaube ich. Und unten haben wir eine Nova und... Wer ist das nochmal? Wer war das? Wer war das? Sylvana. Ah, okay. Oh, Vala, was machst du denn da? Mann, 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 ey. Das fängt ja schon mal super an hier. So, komm, buffe ich die mal ein bisschen hier, damit die ein bisschen mehr abgehen. Hört sich gut an. So. Die Map funktioniert so. Und zwar muss man Minions töten, beziehungsweise gegnerische Helden, um Diamanten zu holen. Da seht ihr schon einen roten, der Gegner. Und zwar durch diese Diamanten kann man dann die Spinnenkönigin rufen, beziehungsweise ihre Diener. Und, ähm, ja, die helfen einem dann sozusagen. So wie die ganzen anderen, äh, so wie ein paar Söldner ist das sozusagen. Die laufen dann halt auf der Lane herum, äh, Richtung gegnerische Basis. Und, ähm, ach Mann, wo bleibt denn Vala? Ja, wo ist die hier? Die ist oben, super, super Logik. Ich hänge hier alleine in der Mitte, aber, ach, egal. Der ist ja nur alleine da in der Mitte. Ist doch scheißegal, der kann ruhig alleine bleiben, gegen zwei Gegner hier. Die scheiß Diamanten verschwinden auch noch, das ist doch kacke. Warum habe ich jetzt gerade Schaden erlitten? Ich verstehe es nicht. Oh, nochmal, ich bin fast tot. Ah, ich bin vergiftet oder so ein Scheiß. Hilfe. Ich glaube, wenn ich jetzt noch einmal getroffen werde, dann sterbe ich. Komm mal, einer hier, äh, Hilfe. Die sind oben zu zweit gegen einen, das ist doch... Anstatt hier mit runter zu kommen, einer von den beiden, Vala ist schon wieder fast tot. Ja, können, können die Raiders so viel rocken, wie sie wollen. Das ist kacke gerade hier. Neues Talent. So, erstmal den hier. Damit wir hier zwischendurch mal ein bisschen mehr Schaden machen. Und jetzt kann ich mir auch schon mal hier schön... Jawohl, die sind gerade weg. Ah, ne, da ist die... Die haben auch eine Silvana, oder? Ja, Silvanas. Da kommt die direkt mit ihren ganzen komischen Skills immer an. So, komm, verpiss dich. Lass mich in Ruhe hier. Die ist noch mehr angeschlagen, als ich, glaube ich. Aber wir haben wenige Minions nur. Die haben dafür umso mehr. Gut, das ist sie gerade weg. Ah, Mist, der Kristall ist gerade weggegangen. Warum ist Nova jetzt gerade unten? Achso, ne, das war die gegnerische Nova. Hier kurz die Regenerationskugel einsammeln. Die drei... So, zehn Stück habe ich jetzt schon, das ist sehr gut. Und ich hole mir mal kurz hier den Heilbrunnen. Komm, 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 komm. Scheiße, scheiße. Jawohl, den ihre Nova ist da. Nein, meine, unsere Nova. Komm, geh auf ihn drauf. Schaffst du schon. Komm, 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 komm. Ah, Mist. Die ist nach oben hin, die ist nach oben hin. Gut, ich gebe mal hier ein bisschen was ab. Was, die Gegner haben schon 38. Ach, du Scheiße. Gut, dann muss ich hier mal gucken, dass ich hier mal ein bisschen reinhaue. Talent, das hier. Gut, da haben wir schon mal wieder ein, noch ein. Zwei Stück sogar. Kann ich hier gerade irgendwo... Nein, ich bleibe in der Mitte. Beziehungsweise kann ich hier unten gerade... Ich gehe mal mit in die... Mit nach unten. Da ist nämlich gerade... Ah, okay, die sind hier zu zweit schon. Die Gegner... Ah, einer ist gerade unten wieder. So, ich habe schon wieder sieben. Mein Team hat jetzt gerade ordentlich aufgeholt mit den Diamanten. So, aber... Da waren jetzt zu viele Türme. S-Y-L-Pay. Ach so, der soll... Ah, jawoll. Unsere Netzweber werden jetzt herbeigerufen. Das ist perfekt. Und... Boom. Jetzt kriegen wir ein bisschen Unterstützung. Auf jeder Lane sogar. Das ist optimal. Der Nachteil ist, es gibt hier im Moment... Also auf der Map keine Söldner. Die man sich irgendwie holen kann. So, dann aktiviere ich den hier mal. Damit hier ein bisschen was vorankommt. Und das Gute ist, hier werden jetzt auch dennoch immer noch Diamanten kriegen wir. Also ich habe jetzt schon wieder sechs. Andere aus dem Team haben vielleicht noch mehr. Trotzdem muss ich aufpassen auf die gegnerischen Helden, falls hier einer kommen sollte. Gut, ich bin hier... Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Nein, 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 nein schaffen die jetzt noch ein bisschen hier kommen hol dir die nein 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 da war diese scheiß mauer gerade ich habe neun stück die gehe ich mir mal abgeben gerade dann hat unser team schon wieder einige zusammen er gibt gar zehn ab so komm 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 , ich glaube das wird nichts oder komm den schaff ich den schaff ich den schaff ich jawoll sehr schön hier die noch mal eben holen kriegen wir den kriegen wir den den kriegen wir nicht der rennt schon weg jetzt noch mal okay welches die echte ich muss laufen ich muss laufen ich muss laufen ich muss laufen war das knapp ich muss zurück ja ich bin schon auf dem weg zurück danach mache ich mich auf den weg hierhin oh jetzt sind die gegnerischen netzweber da okay das schaffen wir schon da liegen jede menge rote dinge okay der erste hier ist schon mal im arsch und jetzt schön auf den großen drauf damit er hier keinen schaden anrichten kann oder hat jetzt zwei kleinere noch mal beschworen so jetzt haben wir hier die die sind auch sehr gut unsere haben letzte runde viel mehr geschafft jede menge juwelen wieder hier sehr schön talent nehme ich das hier und jetzt mache ich mich mal auf den weg beziehungsweise ich hole mir hier ich gebe die kurz ab hier da ist der gerade okay jetzt verteidigt er mich und dann nein ich gehe mit auf ihn drauf kommt schon kommt schon den holt ihr euch den holt ihr euch jawoll sehr schön dann gebe ich die jetzt mal kurz hier ab kommt sie war da hier rein nein sehr gut ich hole mir dann jetzt trotzdem mal hier die kommt mir einer nach kommt nova helfen oder so kommt hier einer okay da ist okay gut nova kommt da ist jetzt sylvaner gegen sylvaner sehr schön ah der hat sich weggeportet schade jetzt ist gerade mein adrenalin dingsbums hier geworden ne adrenalinrausch und kriegen wir das jetzt jawohl haben war sehr schön sehr schön sehr schön fünf brauchen wir noch dann haben wir wieder die netz dingsbums da weber oder wie heißen eins zwei drei oben können die ein bisschen hilfe gebrauchen so jawoll sehr schön dann auf den noch oh scheiße oh scheiße da konnte ich jetzt gerade nichts machen nova ist in der mitte sehr gut am pushen gerade ach nee das ist gegnerische man ich verwechsel die immer ah das waren die die söldner die wir uns hier geholt haben die haben hier ordentlich durch gepusht jetzt ist unsere sylvaner gerade am weglaufen die sommer abgeben okay jetzt geben die gerade ab das ist perfekt dann kriegen wir jetzt auch wieder die netzweber oder wie sie heißen genau netzweber und diesmal sollte mir glaube ich einiges geschafft kriegen hier kommt schon so auf die noch waller stirbt jetzt kommt schon ihr schafft das ihr schafft das jawohl waller ist jetzt auch tot äh talent den hier der macht nochmal angriffsgeschwindigkeit und bewegungsgeschwindigkeit okay komm die mauer machen wir auch eben weg dann behindert die mich nicht mehr das ding hat gerade keine munition das ist sehr gut und so kriegen wir nein das ist die echte glaube ich ah scheiße 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 regenerationskugel sehr gut sehr gut hier steht noch der brunnen den hole ich mir mal kurz und bis jetzt sieht es sehr gut aus und jetzt können wir auch direkt oh scheiße da war gerade nova die ist jetzt hat sich wieder unsichtbar gemacht wo ist sie denn in zehn sekunden können wir jetzt wieder abgeben ich bleib mal hier oben mit waller und beziehungsweise ich mach mich mal unterwegs hier hin kommt jemand helfen oder kommt mir mal helfen hier oben hallo kommt da irgendjemand waller ist auf dem weg kommt nova noch jawohl sehr gut so den machen wir jetzt eben ah ok gut jetzt kommt schon kommt schon kurz den hier aktivieren oh da müssen wir kurz raus so den haben wir jetzt schon fast jawohl sehr schön den holen wir uns jetzt eben so und der haut uns jetzt erstmal die gegner ein bisschen platt für uns währenddessen gehe ich kurz abgeben abgeben oh das war da das war da Hilfe Hilfe die gibt gerade ab die darf nicht abgeben ich hindere die mal ein bisschen immer oh scheiße oh scheiße oh scheiße oh scheiße oh scheiße nein Mist das war knapp jetzt geht die da aber trotzdem abgeben und die haben dann jetzt diese scheiß Netzweber ah ok gut aber bis jetzt sieht es sehr gut aus für unser Team unten ist gerade wie heißt der nochmal ETC ok ah da liegen zwei da lagen jetzt gerade drei oder vier Diamanten die hätten wir gut gebrauchen können oh der macht uns hier gerade unten alles down was unser gesamtes Team ist am Arsch ah ne Vala lebt jetzt wieder ich brauche noch 15 Sekunden ah ich gehe dann aber in die Mitte da oben ist der Boss gerade dran sehr schön der hat den Turm da fast zerstört oben haben wir auch schon eine Festung zerstört unten haben die Gegner gerade aber auch unsere jetzt fast zerstört oh kacke oh kacke oh kacke das war gerade mega scheiße ja soll er doch zerstören so das ist hier gerade aber eine richtig krasse Wave die hier ankommt erstmal hier ein bisschen verteidigen damit die hier nicht durchkommen was zur Hölle ich wusste dass das nur dieser scheiß Dings von ihr war ah kacke das geht hier gerade ein bisschen heftig ab ja das ist gut das ist gut Vala von denen was was ist gerade passiert äh den hier oh die sind gerade hier aber richtig nah dran aber wir sind bei denen auch schon nah dran du gut die drei von uns stehen noch die haben wen die haben mehr kassiert als wir bis jetzt das ist sehr gut sehr gut sehr gut oben ist gerade einer da muss mal einer hin okay Nova läuft gerade oh mein scheiße die haben sie jetzt doch noch geholt Nova den kriegst du sehr schön jetzt verteidige da mal ein bisschen und dann holen wir uns mal die hier könnten wir uns auch holen ähm ah sehr gut und dann mache ich mich mal auf den Weg hier nach unten lebe ich wieder jetzt lebe ich wieder sehr gut ich mache mich auf den Weg nach unten damit wir die auch noch eben kriegen kommt mir Tyrael hinterher oder irgendjemand muss mitkommen weil alleine schaffe ich die glaube ich nicht Belagerungscamp ich weiß nicht ob das nee das müssen die Schwachen sein meine ich hilf mir mal einer hier beziehungsweise die sollten ja doch die schaffe ich so komm das ist easy jetzt den noch Tyrael ist zwar schon auf dem Weg aber ich habe das jetzt schon alleine hinbekommen dennoch vielen Dank an dich Tyrael sehr gut und jetzt pushen wir hier mal ein bisschen durch machen wir eben die Mauer im Arsch und die andere da auch noch dann sind die auch weg und kommt schon wir wir holen uns das Lager hier jetzt noch eben helft mir dabei mal kommt schon kommt schon ja scheiß auf das vor ich hole mir hier die eben weil die erledigen das dann für uns so sehr schön auf den drauf jetzt sind meine Benchies auf ihm drauf sehr schön kriegen die das hin den Down zu kriegen ein bisschen aufpassen hier dass der mich nicht irgendwie erwischt jawoll doch noch geschafft sehr schön oh das war gerade die oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck ich muss mal kurz zurück beziehungsweise ich gehe eben abgeben damit die schon mal sicher sind die paar von mir so abgeben ah okay gut da hat sich mein Adrenalinrausch eben aktiviert ich bleib mal hier unten und push hier damit die Gegner oder ne kommt ich gehe mit denen hier oben lang äh sehr schön auf Tyrael der ist verwundet sehr schön eben die Mauer hier im Arsch machen und hier sind jede Menge so oh scheiße gehen wir eben da drauf okay ich bin jetzt aber schon wieder lauf 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 wir haben jetzt leider keine Regenerationsbrunnen mehr ich gehe hier eben abgeben kann ich oh 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 nein 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 fuck okay dafür geht ihre haben die haben sie die jetzt nicht gekriegt ah Mist wie oft bin ich gestorben viermal okay doch das sieht sehr gut für unser Team aus wir haben 33 Kills insgesamt und die nur 17 das oh da ist gerade ein dicker Fight am gehen ah Nova lauf du schaffst das da kommt Tyrael alleine gegen alle ist nicht gut ist nur verteidigen nur verteidigen wobei kriegt der Nova kriegt der Nova ach ne Sylvana ist das okay schade lauf weg lauf weg lauf weg lauf weg okay jetzt kommt unsere Sylvana sehr schön und jetzt gehen sie beide auf ETC drauf und schaffen sie das schaffen sie das kommt ihr schafft das komm schon jawohl sehr schön so muss das laufen einer muss noch abgegeben werden kommen Sylvana oder Tyrael egal wer einfach kurz abgeben einfach kurz abgeben und dann ich hole mir währenddessen schon mal ah ne er gibt jetzt ab und dann geht hier die Post ab wieder dann pushen wir durch so hier wird jetzt erstmal schön durchgepusht die Diamanten brauchen wir jetzt glaube ich nicht mehr ich meine wir sollten das jetzt schaffen komm den kriege ich den kriege ich okay den kriege ich doch nicht schade das war knapp ich weiß auch nicht ob mein Kuh getroffen hat gerade oder ah Sylvana ist das tot sehr schön hier haben wir jetzt eine richtige Armee am laufen boah hör mal die kriegen jetzt aber den Arsch richtig versohlt hier einmal durchknallen auch alle buffen damit es hier richtig schön abgeht und jetzt erstmal da auf die Festung drauf gehen danach machen wir den Turm so und oh scheiße ach du kacke das war sauknapp ach du lieber Gott jetzt muss ich hier aber erstmal kurz zurück schaffen die das währenddessen oder brauchen wir noch einen Anlauf so ich bin jetzt wieder da äh oben ist kein wir haben nur noch den einen hier aber jetzt sind alle Minions da bei der in ihrer Zitadelle die sind alle tot okay wir haben gewonnen wir haben so gut wie gewonnen good game das war gerade wunderprächtig vielleicht habe ich noch rechtzeitig ne wir haben jetzt wir haben gewonnen gutes Match bis ich jetzt da bin bräuchte ich noch ewig lange und wir haben gewonnen wunderschön mal wieder nach zwei drei Folgen endlich wieder gewonnen weil meine Tastatur nicht auf Englisch gestellt war das war die letzte Folge da habe ich mich so aufgeregt ne egal gut Grabkammer der Spinnenkönigin Sieg und wir sind jetzt auch schon wieder fast auf Stufe 6 noch ein Stückchen näher ah eine tägliche Quest abgeschlossen auch gut ja dann war es das jetzt mit dieser Folge in der nächsten Folge werden wir hoffentlich wieder gewinnen und ja ich bedanke mich jetzt fürs anschauen und sag da mal bis zur nächsten Folge ne tschüss